Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Star Wars The Old Republic Data Mining Video vom neuesten PTS, welcher bisher auch noch gar nicht einspielbar ist und zwar Version 389 von den Sprachdateien, von den englischen Sprachdateien kann man auch hier mal wieder perfekt sehen, gut die Zahl steht jetzt hier nicht da aber wir sehen auf jeden Fall hier schon mal ein PTS und wir sehen auf jeden Fall hier die Changes das Datum hier stimmt natürlich nicht, das ist das Datenbank-Datum, das stimmt nie sowie auch hier den Client und hier eben die APIS-Version ist aber auch gar nicht wichtig, was hier steht, das ist bloß hier die typische Versions-Info in dieser Version kommen relativ viele Agenten-Skills dazu und die wollen wir uns auch mal anschauen, wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen dauern ebenfalls gibt es ja andere schicke Sachen, auch hier Operation Deep Station gibt es jetzt auch das ist glaube ich die neue Operation, gehe ich mal davon aus so wie auch hier vom Elon Flashpoint gibt es Bosse mit Fähigkeiten schauen wir mal wie viel davon jetzt übrig geblieben ist und sehen wir, wie viel wir davon jetzt haben beginnen wir einfach mal mit den ganz normalen Fähigkeiten dafür gehe ich jetzt mal wieder hier rüber AWL Agent war das ganze Jahr dann haben wir hier Skill Engineering und zwar Mods Passiv ok, auch wieder hier gibt es natürlich wieder keine Texte also effiziente Systeme und Targeting Beam hat beides das gleiche Bild Tier 1 haben wir hier noch Exzessive Manöver Exzessive Manöver Exklusive Rückgabe wahrscheinlich Refund heißt da glaube ich Rückgabe Impairing Blast und Laser Target da ist schade immer keine Texte dabei und hier noch Calculated Mises gehe ich mal davon aus heißt das Critical Interrogation und Multi Errogate ja schade dass man nur noch nicht so viel davon sehen kann weil die Texte nicht existieren auf jeden Fall kleine neue Fähigkeiten hier haben wir die gerade gesehen dann haben wir hier noch bei Marks das ist mein Ship bei den Mods die Passiv Ballastik with Retribution und Laser Focus auch wieder beides das gleiche Bild das ist auch gleich hier der Relentist Ambush heißt glaube ich Hinterhalt Schrap Shot Schiff hier der Schuss oder sowas Targeted Ambush also gezielter Hinterhalt hier wie man sieht hier Ambush heißt Hinterhalt da hat man es gerade gesehen effiziente Schüsse Penetrating Runden und Retargeting also das Ziel neu Targeten gehe ich mal davon aus heißt das Skill Mods haben wir auch noch hier drin Tier 1 Curbing Strategies Quick Counter Mises und Shatter Snipe dann haben wir noch Virul Lens Mods Passiv Critical Compounds und Focused Laced Tier 1 Excessive Manoeuvre es wäre schade dass man nichts sehen kann aber man kann auf jeden Fall teilweise schon vorausahnen was die Fähigkeit macht zum Beispiel den globalen Codown auslösen die Fähigkeit ist auch eine versteckte Fähigkeit also man kann sie nicht direkt anklicken das ist auch gut zu wissen Curse of Refund Technologien und kritische Grenade Granaten Curse of Impair Curse of Sighting und Winnow also jetzt gewinnen scheinbar alles nur so eine versteckten Fähigkeiten die halt automatisch passiv ausgelöst werden gehe ich mal davon aus halt nebenbei so obwohl sie ja den global Codown auslösen also ganz genau habe ich das jetzt auch noch nicht so ganz verstanden dann war auch noch vom Daily Area vom Ossos Weltboss Geonosianischer Swarmlord Swarmlord Halting Train Ad Tracker gehen wir da mal rauf das ganze ist hier bei Daily Area also die Agent können wir zumachen Daily Area Ossos Worldboss Swarmlord wo ist das ganze jetzt hier genau Swarmlord Swarmlord da ist es und dann Halting Train Ad Tracker leider auch keine Informationen auch hier wieder Fähigkeit ist verfügbar löst den global Codown aus hier ist ein Stimpack also das Bild ist ein Stimpack Typ 10 okay da kann ich jetzt auch nichts zu sagen und hier die Effekte die Texte die angezeigt werden naja ist nicht wirklich spannend ups wir gehen auf jeden Fall zu dem Kram was wirklich neu ist und zwar haben wir hier Flashpoint Elom Bosses Boss 2 also von dem zweiten Boss und auch von dem Boss ne jetzt der andere Boss also Flashpoint Elom Bosses Boss 2 letztes Mal hatten wir nur Boss 1 gehabt glaube ich gibt es leider auch noch nicht Konsolen zerstören Konsolen zerstören tracken Konsolen wirklich zerstören Explosiver Droid Descriptor Grenade Follow Grenade on Target hier ist noch ein Granatenbild Unbesiegbarkeit Dispeal Laser Ground Target Laser on Target Passiv Set Win Attack Welle 1 Attack Welle 2 3 und hier Spawn Ads also Ads Spawnen wer hätte es gedacht das haben wir alles haben wir noch vom Jedi Ritter Transcendence Cooldown was auch immer das genau sein soll Jedi Knight und dann hier Transcendence Transcendence Cooldown hier ah schade wird auch nicht angezeigt hier 30 Sekunden Abklingzeit hat die Fähigkeit löst auch anscheinend kein Global Cooldown aus ist auch nicht versteckt also scheint eine ganz neue Fähigkeit zu sein ups wo bin ich jetzt hier gerade gelandet da bin ich dann kommen wir jetzt auch wieder zu den neuen Operationen kann ich jetzt auch nichts mit anfangen Code Success also ob der Code erfolgreich eingeben wurde ob er ein Icon hat was auch immer das heißen soll Unbesiegbarkeitsschild heißt das wahrscheinlich Listen for Icon habe ich auch mehrmals drin Self Detonate also Selbstzerstörung Casting Zeit ist 30 Sekunden also anscheinend braucht er 30 Sekunden bis er selbstzerstört ist wenn er diese Fähigkeit auslöst und hier sieht man auch wieder hier Global Cooldown Time ist hier minus 1 also eine Sekunde wenn er diese Fähigkeit ausgeführt hat muss er eine Sekunde warten bis er irgendwas anderes ausführen kann ist ja wie beim Spiele auch so Inferno Con für den Enforcer Inferno Enforcer Shield erstmal schade dass hier keine Texte stehen Ranged Shield ich will da auch nichts davon Floor Patterns Floor Cycle Cool A, B Row Square Upload Downlight und Down Left und auch den Floor X dabei den nächsten hier den H Hazards Floor Okay also irgendwelche Fähigkeiten auf dem Boden hier aktivieren und Warnung hier gibt es noch nicht mal Icons zu hier Wall haben wir auch noch Wall Beam also an die Wand beamen wahrscheinlich NPC Passiv da ist es mal schade dass immer nichts steht hier Master Fähigkeiten Pattern Fähigkeiten jede Menge Patterns gibt es hier hier auf P6 hier fehlen ein paar P's also ich denke mal da kommt noch was Turrets Boss Passiv zum Beispiel auch hier Involveable Schild hier Stack für die Angreifbarkeit dann den nächsten Boss Lord Valeo Combat Placeholder Passiv Darkseid Fähigkeiten Umgebung Train Hazard Ring Out Player macht da auch irgendwas hier so das Icon ein bisschen verrutscht Schwarm naja Stead Mods Wedge Stalk Explode naja kann man da nicht so viel davon sehen Wedge Stalk Invert jede Menge Fähigkeiten haben sie auf jeden Fall hier naja ich kann jetzt hier nicht alle durchgehen sonst sitzen wir eine Stunde dran aber man sieht hier der Boss hat jede Menge oder alle Bosse haben jede Menge verschiedene Fähigkeiten hier Operation Deep Station Lord Valeo Mount Nuclear Torch also irgendeine Fackel kann man in der Operation platzieren dann haben wir auch noch hier Gift also Geschenk erhalten und davon Fan Sale und zwar in verschiedenen ich gehe mal davon aus das sind die Geschenke verschiedenen Stufen hier Premium ist der Grün Prototyp ist Blau Legendär ist ja äh Legendär ist glaube ich sogar gelb ne Compendium weiß ich jetzt gerade selbst nicht genau Artefakt ist lila da haben wir ja noch einen Mount da gehen wir jetzt mal so durch da gehe ich jetzt nicht jedes Mal rein wir können da eh nicht viel sehen Speedabike Triumbra und auch das Speedabike Vectron ST13 die scheinen neu zu sein dann haben wir hier noch Testsachen die relativ unwichtig sind auch hier hier C Durell das hatten wir ja vorher schon gehabt oder hier H Shivers wer auch immer das sein soll ich kenne die ganzen Mitarbeiter natürlich nicht kurz zur Information für alle die es nicht wissen das hier sind größte als Mitarbeiterabkürzung also meistens immer das B hier der Vorname und dann Wood ist dann der Nachname oder eben hier H Shivers also hier mal der H mit H anfängt der Vorname und Shivers ist der Nachname das kann ich jetzt vorstellen kann das wie auch hier C und Durell die meisten schreiben da ihre Namen da rein da kommen wir auch direkt schon zu den Erfolgen wo wir auch eigentlich mal was zu den Seasons haben und zwar haben wir ja schon im Forum gelesen oder viele haben es wahrscheinlich schon gelesen auch über den Discord Server dass es jetzt ab sofort mehr wöchentliche Quests geben wird und eben nur noch eine tägliche pro Tag und da haben wir hier Galactic Season Season 2 von der Daily Conquest 50k also wir sollen einfach nur als tägliche die 50.000 Eroberungspunkte kriegen scheint aber schon relativ viel zu sein wenn ich das so richtig verstehe okay weekly ist hier auch gar nicht drin also ich gehe mal davon aus das heißt 50.000 Eroberungspunkte weekly jetzt ganz einfach von Knights of the Eternal Throne soweit es wöchentliche Kapitel 2 machen ich weiß nicht ob es eine bestimmte Anzahl oder Kapitel 6 von Fallen Empire Kapitel 10, 13, 14 und 6 ich weiß leider nicht ob jetzt nur einmal oder jetzt mehrmals jetzt könnte man versuchen hier rauszulesen Conditions hier sind 0 Condition Type 1 und 2 Hydra Event Hydra Script ne Visibility 4 kann ich jetzt auch nicht ganz mit anfangen mit Enum werten naja haben wir ja noch Kampf wir sollen irgendwas benutzen wir sollen ohne Gefährten kämpfen wir sollen mit einem S2 Gefährten was machen was auch mal ein S2 Gefährte sein soll wir sollen 500.000 Eroberungspunkte kriegen gut das ist eigentlich gar nicht mal so schwer wenn man relativ viel macht wir sollen ein dunkles Projekt herstellen wir sollen Kriegsvorräte herstellen wir sollen Flashpoints machen welche auch mal das jetzt hier sein sollen ok dann soll ich versuchen anhand der ID rauszufinden welcher Flashpoint das ist aber ich glaube das überspringen wir jetzt einfach mal also hier sind verschiedene Flashpoints die wir machen können oder müssen für die entsprechende wöchentliche dann Location wir sollen auf Lamora, auf Corellia, auf Coruscant, auf Huta auf Nashada, im Autorim, auf Crash, im Sitz des Imperiums oder in der unbekannten Region sollen wir Gegner besiegen oder Quests machen Crosan könnte auch Quests sein ja, es gibt eher drei Quests wenn ich das richtig lese wir können natürlich auch die Operation machen eine solche Monolithen oder die Queen Monolith ist glaube ich Zeost Queen ist Ossus dann können wir natürlich auch noch PvP machen Match plus Medaille wir sollen einfach nur eine Runde mit acht Medaillen vermutlich machen wir können hier von der Season wir sollen hier Ruf erhalten Wir sollen Unterwelt Auszeichnungen erhalten Unterweltpläne Raumejager PvP Wir sollen einfach Raumejager PvP spielen Ach ne, Space ist Normaler Raumejager, also PvE Raumejager Wir sollen einfach ein paar Missionen machen Ich hoffe mal es reicht, ob man die Einfachen macht, ja hier ist auch nur Ein Event drin, also ich denke mal Es reicht einfach nur eine Mission hier zu machen Hier auch wieder Raumejager PvP, Match plus Medaille Wahrscheinlich das gleiche in grün Wir sollen einfach nur, ich glaube die verschiedenen Karten hier Wir sollen einfach nur Eine Runde Raumejager PvP spielen und dabei wahrscheinlich 8 Medaille kriegen oder wir spielen Aufstände Irgendwelche oder wir spielen Crimson Fang Warum gerade auch genau den Das sind auf jeden Fall die verschiedenen wöchentlichen Die es hier gibt, natürlich Kommen die alle zufällig, also ihr müsst natürlich Nicht zwingend alles machen, das heißt ja auch vom Forum Ihr müsst glaube ich 7 Stück von den 10, die man hat Machen, ihr könnt auch nur 10 Nur 7 machen von den 10 Sobald ihr 7 gemacht habt, könnt ihr die restlichen 3 nicht mehr machen Also könnt ihr euch sozusagen 7 aussuchen Welche ihr machen wollt Oder ihr macht einfach alle und guckt, welche zuerst voll sind Aber man kann leider nicht alle 10 machen Das ist ein bisschen schade Aber es wird tatsächlich mehr auf die wöchentlichen hier konzentriert Dabei besonders jetzt zum Beispiel auf Flashpoints Oder auf alles mögliche hier Auch Kapitelspielen Ist ganz interessant eigentlich und kann man bestimmt jede Menge machen Und dann haben wir auch schon alles von den Erfolgen APC ist glaube ich irgendwas mit Bewegung In APN das gleiche Da haben wir auch noch Codex, Bestien Und zwar RAM, Pix Das scheint ein neues Viech Gucken wir uns das mal an, ob es da schon Informationen zu gibt Mit CDX, Bestiany Und zwar RAM, Pix Mit R irgendwas RA RAM, RA RAM, Pix RAM Ja, ja Im Alphabet sollte man schon können RAM, Pix Da Ja, schade Gibt es noch nichts Wenn man jetzt hier mal guckt Zum Beispiel kann man jetzt zum Beispiel was über die Shyworks lesen Aber hier dieses Was auch immer das hieß RAM, Pix Da gibt es dann auch noch nichts dazu Das ist immer ein bisschen schade Aber was soll man machen Dann haben wir auch noch Blurb Lots Blurb Lots Crawl Empire Site Ja, wahrscheinlich gibt es auch noch nichts hier Far, Far Away Republic Site Subtitle Lots Also das scheint wahrscheinlich was von der Erweiterung zu sein Lord of the Sith Lord Irgendwas mit Sith Of the Sith Ich glaube die Erweiterung heißt L L-O-T-S Wofür steht L nochmal? Lord of the Sith? Ne Irgendwas mit Office of the Sith heißt Auf jeden Fall, das sind jetzt hier die vier Codex-Einträge, die man bei der Erweiterung kriegt Dann haben wir noch Lore Das ist sozusagen Wissen Und so auch wieder hier Lots Manan Binary Destroyer Sieht man auch hier Wissen Und Nautical Mining System Gibt es aber auch noch nichts dazu Dann haben wir noch Persons EXP4 Daran sehen wir auf jeden Fall schon mal, dass es um diese Erweiterung geht Auch wenn da wahrscheinlich auch nichts kommen wird Persons Also Personen sozusagen Gibt es anscheinend zwei Stück Persons EXP4 Colonel Kort Und Darth Norok Scheinen wichtige Personen hiervon zu sein Dann geht es ja auch noch um den Planeten Elom Ich glaube das brauche ich jetzt nicht zeigen Da kommt eh nichts Und das Schipf Executioner Condition Allianz Sachen Um es einfach mal zu verstehen Hier, wir sollen den Allianz Alarm Also die Allianz Meldung Von dem Gefährten Fensail Hier wird getestet, ob wir Den bereits haben Dann wird hier getestet, ob wir Rang 2, 4 oder 6 sind Vom Syndikat Wahrscheinlich je nachdem, ob wir irgendwelche Belohnungen kriegen Oder nicht kriegen Da wird hier jede Menge mit Visibility Getestet Ob ich jetzt hier eine bestimmte Quest gerade aktiv habe Oder hier genau Priority Objects Hier vom Welt Event Ob ich Reputation is Empire killed Marrow Also ob ich irgendwelche Rufstufen habe Anscheinend Intel Item Also ob ich Season 2 aktiv habe Und no Intel Item Und Intel Buff Ob ich irgendwelche Buffs habe Also was Intel jetzt heißen soll, weiß ich jetzt auch nicht genau Haben wir noch hier CNV Tool PTS PTS Level Money Das ist jetzt hier vom Test Server Bedeutet sozusagen, dass ich auf dem PTS Mit diesem Ding die Möglichkeit habe Eben Level und Geld zu erhalten Dann haben wir hier noch neue Dekorationen Dann haben wir hier noch neue Dekorationen Hier zum Beispiel den Vectron ST13 So wie auch den Triumbria Dann haben wir neue Maschinen Druidekart, Druidenkabine Und sowas alles Oh diese Tastleiste nervt mich gerade Dann haben wir noch dynamische Objekte Das interessiert mich jetzt natürlich Diese ganzen Dinge brauchen wir uns jetzt hier nicht anschauen Das steht nicht viel zu Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf Dynamic Und dann haben wir nämlich hier Flashpoint Elom Boss Flashpoint Elom Boss 2 Und dann einfach mal alles Boss Shield Schade, gibt es noch nichts Boss Shield Da kommt was Also irgendeine Konsole Die eingeschildert ist Ja Muss irgendwie den Schild wahrscheinlich ausschalten Dann haben wir hier noch eine Konsole 1 Die kaputt ist Ja da bin ich so ein bisschen an Direktive 7 Konsole 2 Sieht genau gleich aus 3 und 4 wahrscheinlich auch Genau Da habe ich jetzt aber auch nichts anderes erwartet Lasercaster haben wir auch noch Den gibt es leider noch nicht zu sehen Dann haben wir auch noch von der Operation Deep Station Ich denke mal da können wir uns alles anschauen Weil das haben wir glaube ich alles noch nicht gesehen Ein Terminal Gut das ist jetzt nicht normal Ein Warning Light Also ein Warnlicht Lord Valeo Das ist ja ein Boss Fuel Also eine Benzinzelle Oder eine Nuklear Torch Gibt es leider auch noch nicht zu sehen Schade Da haben wir natürlich auch noch hier den Gleiter Den wir uns jetzt nochmal anschauen können Und zwar unter Stronghold Das ist wo die Befestigung ja steht Das soll überhaupt nicht jeder wissen Mounts Vectron ST13 Mounts Vectron Da ST13 Ja schade Den gibt es ja auch noch nicht Das ist ein bisschen schade Dann haben wir hier noch Vectron Triumba Vielleicht haben wir da mehr Glück Ne auch nicht Gibt es leider auch noch nicht Dann haben wir noch Machines Hardware Imperial Experimental Druid Kabinett Probieren wir das einfach mal Also das machen wir jetzt zu Sonst stört mich das nachher Wo war das Ganze jetzt hier Technological Machines Technologie Maschinen Dann haben wir hier Hardware Imperial war das glaube ich Genau da Haben wir schon Experimental Druid Kabine Ah Wer kennt es nicht Hahaha Geil Na wer kennt es Falls die es jetzt nicht kennen Und sich fragen was ich da gerade meine Das ist einfach ein Mandalorian Easter Egg Oh ich liebe sowas Das sind einfach die Dunkeltruppen Oder eben eine Dunkelkabine Wo eben keiner drin ist Wahrscheinlich Kartellmarkt sein Aber Schon geil Dann eine Konsole dazu Eine Wandkonsole Für die Ecke auch noch hier So ein Eckenteil Eine andere Ecke So eine Außenecke Generator Knoten Turret Stand Achso das ist so ein Geschütz Ich weiß gar nicht ob das auch klickbar ist Remote Ach scheiß was ist das denn hier Das ist wie so ein Staubsauger schon fast Wie so ein Spinnstaubsauger Ich weiß der hat nur vier Beine Aber Naja Sieht so ein bisschen so aus Emulkey Fischtest Was auch immer das sein soll Das interessiert mich jetzt aber gerade mal Das gucke ich mir jetzt an Auch wenn Wie bereits gesagt Test meist nur irgendwelchen Müll ist Das will ich mir jetzt nochmal anschauen So Test Was war das jetzt hier QA Emulkey Also irgendwas vom QA QA ist der Quality Analyst Das weiß ich sogar noch Emulkey Emulkey Bei E wahrscheinlich Hier hätten wir schon einiges gehabt Also Emulkey kommt auf jeden Fall bekannt vor Fischtest 1 Ach schade 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 Schokolade Da gibt es leider nichts Schade 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 Ich mache mal ganz mal diese ganzen Fenster hier mal oben zu Wenn ich die richtige Taste erwischen würde Na komm Jetzt Umschalt und weh Sonst stürzt man nachher irgendwann noch das Internet ab So Haben wir wieder alles schön In der haben wir noch ENC Weiß ich jetzt gerade auch nicht was das genau ist EPP Ist glaube ich auch wieder irgendwelche Bewegungssachen Dann haben wir HYD Das steht für Hydra Script Das ist so gesehen dafür da Dass bestimmte Algorithmen abgespielt werden Sozusagen einfach nur ganz normales Scripting Beispiel ist auch das Wenn ich eben auf den Automaten bei dem Casino Event drücke Dass dann eben da irgendwas passiert Oder eben nichts passiert Oder eben dass ich einen Gewinn kriege Dann haben wir hier IPP Das ist die Rüstung Die gucken wir uns mal an Von Season 13 Von PvP Da brauche ich mal ganz kurz mein Tool für Habe ich natürlich immer noch nicht gestartet Und zwar Model müsste das gewesen sein Und zwar gibt es hier einerseits Das hier brauche ich Arkans Mask Head Frontlinie Scotch Chest Okay Frontlinie Scotch Also das gleiche hier Dann haben wir hier natürlich auch noch als Item Hier zum Beispiel Companion Gift Artefakt V1 Das sind Gefährtengeschenke Wahrscheinlich für diesen neuen Gefährten hier Für diesen Na wie heißt der noch gleich Der der da oben stand Den man hier kriegt Einen Titel gibt es hier auch noch Unterweltboss Syndikaten Agent Gibt es hier noch Dann gibt es hier diese zwei Gleiter Die wir gerade eben gesehen haben Die halt noch nicht drin sind Ein Label Was auch immer ein Label ist Ich glaube Könnte Ein Flare sein Richtig verstehe Oder halt Gefährtengeschenke Das gibt es alles Und hier natürlich auch noch Hier die Rüstung Die wir gerade eben gesehen haben Die ist eigentlich hier aus dem MTX Das steht für Kartellmarkt Ist eigentlich nicht wirklich Kartellmarkt Das ist hier mehr so Dieses Season Händler Zeug hier Dann gibt es hier noch Lootboxen Full Sets Von Nummer 13 Also sozusagen Kisten Wo dann diese Sachen hier drin sind Da gibt es hier noch eine Riffle Und hier auch diese Maschinen Die wir gerade eben hatten Das ist unwichtig Legendäre LPs So gehen wir jetzt erstmal Zu den Rüstungen MTX Season 13 Arkans Mask IppMTX Season 13 Arkans Mask Gibt es auch nur Head Gucken wir uns das mal an Ja gibt es natürlich wieder nichts Punkt Ne geht leider nicht Also hier gibt es noch nichts zu sehen Schade dass viele 3D Models Noch nicht funktionieren Dann haben wir hier noch Frontline Scorch Hier View All Items Mal gucken ob wir da was sehen können Ja das klappt sogar Ach Das dürften wahrscheinlich die Truppen sein So wie ich das hier gerade Richtig erkennen kann Ja das könnten die Dunkeltruppen sein Also schöne Gießt Ich mag sowas ja extrem In so Spielen Hier passt sogar mal ausnahmweise Mal dieses Schuhteil da Auf welchen man nicht weiß Wie man so stehen kann Gut aber Frauen bringen das auch hin Ja das wollte ich jetzt nicht sagen Ja Natürlich die weißen Ränder Gehören natürlich nicht dazu Das liegt jetzt daran Dass die Texturen fehlen Aber es sieht schon ganz interessant aus Also Das Rüstungsjet sieht schon nice aus Hoffentlich leider den wahrscheinlich Nicht bekommen will Naja Was haben wir sonst noch So zum Anschauen Items hatten wir gerade durchgehabt MPN Das sind sogenannte Map Nodes Manahen Map Links Das ist hier zum Beispiel Die Wo man in einen Raum kommt Zum Beispiel Wo Quest sind Da haben wir noch MRP Map Reputation Ne Map Äh weiß ich auch nicht genau Map Markierungen Wo irgendwelche Bosse sind Da haben wir noch NPCs Die interessieren uns nicht Wir schauen uns lieber das hier unten an Denn das ist nämlich das Wichtigere hier Ich mach das Fenster mal ganz kurz Mal hier so an den Rand Und mach hier mal Den Data Viewer weg Dann haben wir ein bisschen mehr Platz Dann mach ich das mal hier Ein bisschen kleiner Und dann haben wir hier NPP XP 04 Ich gebe erstmal hier wieder überall raus NPP XP 04 Bananen Story Empire Darth Norok Gucken wir uns den mal an Wie der aussieht Wenn der dann geladen wird Ja Der Kopf der fehlt noch Wir sehen aber die Rüstung Ja Sieht ganz interessant aus Die Rüstung Würde ich jetzt einfach mal so behaupten So ganz einfach mal Dann haben wir hier noch Darth Norok Half Mask Okay dann haben wir hier noch diese Maskenmaske hier Ja Die Maskenfreunde wissen Werden sich freuen Ja nein Soll ich jetzt nicht sagen Auf jeden Fall Operation Deep Station haben wir auch noch was Das dürfte auch alles sein Was wir uns hier anschauen können Denn von der Operation Hatten wir soweit ich weiß Noch gar nichts gehabt Difficulty 1 Also Ich spiele kein einziges Wort War Leo Von dem haben wir leider noch nichts Dann haben wir noch den grauen Schwarm Boomer Wampa Naja Ist kein Wampa Würde ich jetzt nicht sagen Grey Reaper Das bist du In einer ziemlich hässlichen Rüstung Auch das grüne muss nicht unbedingt stimmen Wo die Farben hier unten glaube ich stimmen sollten Wo immer dieses krasse Das stimmen meist nicht Also ich denke Der sieht wirklich so hässlich aus Okay ähnlich Hier nochmal so ein Viech Total komisch aus Sieht ein bisschen aus wie auf Zeost Threl Female Oh Gott Was hast du denn Was hast du denn hier für einen Bauch Fällt das Essen ja durch Du bist wahrscheinlich ein Cyborg Threl Female 1 Okay das ist das gleiche Nummer 2 Ist auch Jetzt gleich nur ein anderer Helm Threl Male Also als männlicher nochmal Ist auch ungefähr gleich Nur wahrscheinlich jetzt einen männlichen Kopf Hier hat er so ein Ding Hier hat er so eine hässliche Maske drauf Und hier hat er Sowas ganz komisches Wie so ein Tiger so ein bisschen Oder wie ein Clown Sieht voll aus wie ein Clown Ne Dann haben wir noch IP CPT Das ist dieses Ding hier Das ist auch irgendein Boss Auch wenn ich jetzt nicht genau erkennen kann Was das sein soll Irgendwie so ein Laser oder sowas Also eine Maschine Lady Domecree Da gibt es leider noch nichts Lord Kenneth Den haben wir hier Ups Select Ja Schöne braune Rüstung Kackbraun Gesicht leider noch nicht zu sehen Schade Lord Valeo Hier gibt es einfach mal gar keinen Kopf Darf aber hier einen Umhang Sie müssen mich an Boss erinnert An die Waldtraumlande Von dem schwarz Mit diesen Streifen da drauf Und dann haben wir noch Der RPC Watchdog Das ist dieses Riesenviech hier Also wie viele mechanische Gegner Scheint das zu sein In der Operation Ja Kann man sich denke ich mal Anschauen hat er einen Arsch Nee hat er nicht Ja nein Okay Test Okay hier will ich mir das auch mal anschauen Was hier noch als Test drin ist Auch wenn das wahrscheinlich auch wieder Nicht funktionieren wird Calgaras Calgar irgendwas Calgar C Calgaracita Test Ah Hier funktioniert es sogar Irgendso ein Viech mit der Laterne hinten dran Das ist hässlich eh Und dann haben wir hier noch Carrium Companion Shae Irgendwas Okay irgendein Gefährte wahrscheinlich mal Oder hier Test Head Ist aber nur ein Kopf Der nicht da ist GPC hatten wir so gesehen schon Und das sind die 3D Models Hier nochmal als Daten Da haben wir hier eine Quest Event Galactic Season Season 2 Syndikaten Introduction Also Syndikaten Einführung Und dann haben wir hier auch wieder Emo Key Phishing Quest Irgendwas fischen Aber das muss nicht alles stimmen Erst recht diese Testsachen Das sind halt immer nur so Quests Die einfach nur zum Test eingerechnet Wurde Eingebaut wurden Um eben bestimmte Sachen freizuschalten Was wollte ich mir gerade mal anschauen Hier sind die Karten Introduction Ja das kann ich so direkt nicht Oder kann ich das Mal gucken Kann ich das So ein bisschen hier rum Experimentieren Neue Fenster öffnen SW-Tor Data Mining Da habe ich hier auch irgendwo Die Quests gehabt Hoffe ich Oder auch nicht Habe ich keine Quests gehabt Wer sehe ich die gerade Changed Changed Quests Da habe ich gerade gar nicht gesehen Guck ich mal Das ist hier nach Syndication Ops F Syndicate Introduction Genau hier Heißt auch Syndicate Introduction Gibt sogar keine Beschreibung zu Kann von jeder Klasse anscheinend gemacht werden Können wir einmal machen Show Tracking Fault Wird gar nicht angezeigt Wird auch so nicht angezeigt Gibt auch gar nichts dafür Okay scheint auch wieder nur so eine Ich hoffe wir brauchen die Fishing Quest hier Aber auch da gibt es keine Informationen zu Bonus teilbar Ist auch nicht wirklich Ist auch keine Bonus Quest Ist einfach Ist nicht wiederholbar Ist versteckt Ne ist nicht versteckt Irgendwelche Makro-Fanglesen scheint das zu sein Könnte natürlich eine Quest dann um das Makro-Fangles zu erhalten Aber ich wüsste nicht wofür die jetzt da sind Also damit kann man leider nichts anfangen SPN unwichtig Und das war es auch schon Hier Nee Stage haben wir noch Das sind die Bereiche Die können wir uns aber hiermit nicht anschauen Da sieht man nicht viel Wenn wir springen Haben hier noch TAL Talent Talent wahrscheinlich Critical Simulant Kann man leider auch nicht anschauen Und das war es auch hier schon Dann öffnen wir die nächste Liste Die ich noch habe Die Challenge Quest können wieder weg Die brauche ich nicht mehr Und zwar das hier Der Model Dings kann erstmal weg Das brauche ich noch Und zwar haben wir als nächstes Nämlich hier auch ein paar Texte Die wir uns anhören können Und zwar Hier drin Dede BNK2 Gucken wir mal Ob ich das überhaupt freigeschaltet hatte CNV Allianz Whispers Das kann nicht gut sein Dass die Liste gar nicht drin ist Und so ist es auch Na verdammt Gehe ich hol das mal schnell mit rein So ich habe das Ganze mal schnell mal eingelesen Und packe das mal schnell mal hier in die Seite Und dann das andere mal auch Dass ich nicht mehr ständig in und her schalten muss So Und zwar das Ganze jetzt hier unter Dede Wie man es halt kennt Dass wir es auch im Deutsch haben Dede BNK2 Wir haben natürlich nicht alles Allianz Whispers haben wir jetzt hier Whispers in the Force Nachdem jetzt alle wichtigen Leute anwesend sind Können wir ja anfangen Der imperiale Bergungsdienst hat sich bei uns gemeldet So wie vor Lana Der Mitarbeiter von Darf Riewix Hat möglicherweise Ein Hinweis auf das Relikt gefunden Das Malgus auf Dentuin gestohlen hat Ah Arkan hat sich verändert Und das ist eine hervorragende Gelegenheit Unsere Verbündeten davon zu überzeugen Den Ursprung von Darf Nulls Relikt Okay Das ist jetzt Szene 1 Das ist jetzt Szene 3 Also ihr fehlt noch jede Menge Natürlich Hat euch was anderes erwartet So ist es Wie ich höre Habt ihr mich für diese Mission empfohlen Also Akavi scheint ein Gefährte zu sein Den man dann zurückkriegt Also Akavi ist auf jeden Fall ein Gefährte Den kriegt man dann anscheinend irgendwie zurück Hier ist noch ziemlich viel mit den Klassen Deshalb komme ich immer zurück Ich bin sicher sie brennen darauf Die Details mit euch durchzugehen Haltet mich auf dem Laufenden Ja auf jeden Fall Dann haben wir noch CNV Flashpoint Elom Das schauen wir uns auch nochmal an Allianz EXP Flashpoint Wo ist hier Flashpoint? Jetzt wird mal Allianz CNV Flashpoint Elom EF CNV Flashpoint Wo ist denn hier Flashpoint? Hill Wahrscheinlich gibt es das noch nicht Das kann natürlich gut sein Dann gehen wir doch mal auf das Englische rauf Da muss das nämlich auf jeden Fall drin sein Englisch CNV Flashpoint Hier fehlen komisch noch die ganzen Flashpoint Ich weiß es auch nicht genau rum Elom Story Szene 5 Und Szene 8 Okay jetzt gar nicht mehr so lang Okay hier wird bloß Mit irgendwelchen Geräuschen gemacht Hier ist bloß Geräusche Alles klar Also hier auch Ruine Ruin Scheint relativ am Ende zu sein Nur irgendwo zwischendurch Wo der halt so ein bisschen ausrastet Und mehr scheinen wir auch gar nicht zu haben Flashpoint Elom Das hatten wir ja gerade eben Das geht ja nicht Dann aber als nächstes noch World Areas Man Shipping Platform Always Visible Das scheinen neue Gebiete zu sein Die wollen wir uns natürlich auch nochmal anschauen Bei den World Areas würde ich aber gerne nochmal ganz kurz Suchen Ob wir hier noch irgendwas finden Ja okay Ich hätte vielleicht mal andersrum suchen sollen Das beides hatten wir schon Ob wir hier auch noch irgendwo noch eine DDS finden Genau hier Das ist nämlich das Spannende hier dran Ich rufe erstmal nach den Der Karte Oder welche Karte das überhaupt ist Ich glaube das dürfte die Manan Karte sein Ja Man Main Sieht man aber hier unten Bei der Area.dat Welche Karte das ist Ich glaube nämlich Imp Refraining Okay ich würde sagen Wir gehen einfach alle Karten durch Ich habe gar nicht so einfach die zu finden Weil wir hier ziemlich viele DDS haben DAT 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 Hier Extrusion Player Hangar Leider nur eine grüne Karte anscheinend Also das scheint der Hangar zu sein Transport Hangar Sieht so aus Das ist wie gesagt leider nur ein grün Myning Facility Das hier ist so ein Gang Ich denke mal da geht es los Dann geht es irgendwie da lang oder da lang Briefing Plattform Sieht alles sehr gemalt aus Briefing Plattform Okay auch wieder hier mit irgendwie drei Plattformen Sieht man auch hier Sub Level 1 Die ganzen Bereiche DAT 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 Hier haben wir noch was Imperiale Docks Control Tower Hier ist ein Fahrstuhl auf jeden Fall Dann geht es hier lang Lande Docks Die sind sogar blau Ich glaube solche Karten werden meist durch den World Editor erzeugt Und dann werden sie nochmal durch ein Grafikprogramm geschoben Dass die eben dann so aussehen wie wir sie im Spiel kennen Also hier das können wir leider so nicht umwandeln Ich komme kurz die Map Notes nochmal anschauen Ob wir dann noch was finden Manan Flashpoint Den XP4 Manan Hier ist alles normal Manchmal kann man nämlich hier wenn man ein bisschen hier durch geht auch ein paar Secrets finden Jetzt zum Beispiel auch bei Dantoin Republikanische Docks haben wir hier Dann haben wir hier noch ein paar Gänge Hier die AA Guns South Republik Dax Docks Interior Hallway Also Docks nicht Dax Ich komme hier auf Dax Ionen Kontrolle Ionen Power Docks Landing Landeplattformen die haben wir glaube ich auch schon gesehen gehabt Shared Docks Daily Hier ruhig Also irgendeine tägliche Helden Quest Shared Hier ruhig Ansea Cave Also irgendeine Höhle Ich wusste auch mal nachher immer Höhlen gibt Shared Refining Platform Die relativ fehlen und hergegangen Ein bisschen an die UK Shared Ansea Daily Hier ruhig Also auch wieder irgendeine tägliche Helden Quest Und die Weltkarte Ziemlich verbaut was man sagen So hatten sie teilweise auch schon gesehen gehabt Und ich würde sagen jetzt kommt der Moment wo wir uns die Karte auch einfach mal anschauen Da brauche ich mal ganzes mal die ID Die kann ich mir hier rausholen Ich gucke hier ob ich den Weltführer noch gar nicht gestartet Fällt mir gerade mal so auf Den müssen wir natürlich auch noch starten Da ist er So Mal gucken ob das hier auch im richtigen Fenster öffnet Genau da soll er sich öffnen Zack 389 ist auf jeden Fall schon mal richtig Nehmen wir einfach mal alles Das sollte so funktionieren In der Hoffnung dass die Karte überhaupt lädt Dann können wir mal schauen ob wir hier noch irgendwas haben Auf jeden Fall hier von der Karte haben wir noch was Nehmen wir mal kurz World Areas Ob wir da noch was finden Alles 4000 am Ende 4000 4000 alles 4000 alles die gleiche Karte Okay wir haben sonst nichts weiteres Da bin ich mir interessiert ob wir vielleicht auch von der anderen Mischung was haben Ach guck mal hier haben wir noch irgendwas Resources Search Tags So und mal kurz noch den Search Tags hier Ich brauche auch gleich mal hier Ne deutsche Version noch davon Die wird nämlich nicht über automatisch der Zeug Das nervt mich immer so ein bisschen Müssen wir aber erstmal die englischen nutzen Weil die deutsche habe ich jetzt natürlich noch nicht eingelesen Heißt die würde ich ja nicht finden Achso das sind bloß hier ganz normale Tags Also uninteressant System Generator ist unwichtig Das hier FX sind so ein bisschen Dingenskirchen da Dynamischer Player ist auch unwichtig Static Area das hatten wir alles schon gehabt in irgendeiner Form Anderen hatten wir auch schon gehabt Dürfen doch kurz halt nur Texturen sein Ja das sind alles nur Texturen Die halt noch gefehlt haben Da haben wir hier noch jede Menge neue Kartellmarktbilder Die gucken wir uns gleich auch noch an Kartellmarkt neue Icons Hätten wir kurz jetzt auch schon gesehen gehabt Jede Menge Rüstung Die hatten wir uns auch schon angeschaut Game Data EPP ist unwichtig Das ist auch unwichtig Das hatten wir auch schon gesehen gehabt Hier auch wieder Botavo Hier habe ich gerade auch schon wieder irgendwo gesehen gehabt Da Botavo Arch Das hatte man meist nichts mit dem Planeten zu Das wird bloß da abgelegt Das wird jetzt erstmal fertig sein Gut das kann ich euch mal an Ob sich an der Karte was verändert hat Denn ich habe es irgendwo auch gelesen gehabt Ich glaube das war auch schon im letzten Patch schon so Ich kann nochmal ganz kurz mal hier auf die alte Datei nochmal gehen Das ist die alte Datei hier Ja aber zum Beispiel auch noch hier Environment Maps Für Assertionen Okay das ist alles ein bisschen älter hier Ja stimmt die Environment Maps Die haben sich ja neu gemacht Das erinnere mich Die waren ja überall neu Underwater Hallways hatten wir auch schon gesehen gehabt Ja das hatten wir alles schon gesehen Ja das bringt uns nichts Schade Aber jedenfalls das hier bringt uns auf jeden Fall was Denn hier sehen wir Wir sehen genau das was wir gerade eben gesehen haben Es leckt natürlich wieder wie sonst was Hier scheint der Startpunkt zu sein Da haben wir hier jede Menge Zeug Das hatten wir auch gerade eben schon auf den Karten gesehen gehabt Ich glaube das hatten wir letztes Mal auch noch nicht gesehen Wir versuchen mal so ein bisschen aus den Karten die Räume wieder zu erkennen Also das hier scheint eine Das könnte das von dieser Heroik sein Von der Heldenquest So abgetrennt von dem Bereich hier Also hier müsste es irgendwie was zum Klicken geben Da unten ist diese Höhle die ich meinte Ich glaube die hatten wir aber schon mal gehabt Die gibt es auch so oft in diesem Spiel Was in den Türen ist das würde mich mal interessieren Ja es leckt ein bisschen Das müsste man natürlich möglichst irgendwie hinkriegen Dass es eben nicht leckt Aber das ist jetzt für das Video hier nicht möglich Ganz kurz ist da eine Tür Könnte natürlich eine Phase sein Ne das ist ein Fahrstuhl Okay dann eben so rum Da kriegen wir alles so verteilt ist auf der Karte Also da hatten wir hier noch die Höhle gehabt Ich glaube die hatten wir schon mal gesehen Das ist auch gar nichts drin Das ist meist davon nur platziert Hier ist auch nochmal ein Ziosstein Umrandet Ich weiß gar nicht was wir jetzt hiervon schon gesehen hatten Weil einiges hatten wir ja schon Daran erinnere ich mich noch Hier ist auch nochmal eine Höhle da Aber ich meine das hier unten haben wir noch nicht gesehen Da kommt durch Kartellmark wieder Dann sind wir glaube ich auch schon durch So dann werde ich wieder Spaß haben Wieder hier die Timestamps zu erstellen Ich bin ja wirklich sehr durcheinander gekommen Zwischendurch Ich glaube das hatten wir noch nicht gehabt hier Also Operation scheinen wir da auch noch nichts zu haben Auch wieder hier so ein Bereich Das könnten wir sogar schon gehabt haben Irgendwie erinnere ich mich so ein bisschen daran Aber es kann auch sein Dass ich mich was anderes erinnere Hier ist irgendwas draus Ein bisschen ein Crash So ein Jedi Statue da Hier so das sind Räumlichkeiten Da ist überhaupt nichts drin Okay es laggt es ein bisschen Okay es hat sich gerade aufgehangen Geil Hallo Okay es hat sich einfach mal komplett aufgehangen Ich kann gar nichts mehr machen Geil probier mal was anderes Ja es hat sich gerade wirklich komplett verhangen Ich versuche es mal hier rüber zu machen Das ist meist auch ein bisschen flüssiger Als hier über das Internet Ich mache den hier mal zu Sondern frisst er nicht so viel Leistung Ich mache hier mal den Server ganzes mal zu Ich versuche jetzt nochmal die ID Dafür brauche ich nicht mehr So Mit 4000 am Ende 9 4000 Hier haben wir einen Flashpoint Den hatten wir glaube ich schon gesehen gehabt Den gucken wir uns dann auch nochmal Ganz klar ob da noch sich irgendwas verändert hat Auch wenn ich es nicht glaube Gucken wir gleich mal hier Onderon Ossos Spule Das ist ein bisschen nervig Das hier mal alles zu finden Also 7 4000 war am Ende Ich weiß auch nicht wie sie die Karte genannt haben Aber sie die einfach Bananen genannt haben Vielleicht habe ich es auch schon wieder übersehen Das kann natürlich alles sein Jetzt der Ruine Jetzt ist es auch nicht 9 4000 Warte war das 9 4000 Oder 7 4000 Das war 9 4000 6 6 9 4000 6 6 9 4000 Das könnte die Karte hier sein Zahlen merken ist auch nicht meine Stärke Gucken ob wir richtig sind Ob du wirklich richtig siehst Ob du wirklich richtig stehst Siehst du wenn die Karte aufgeht Die Select auf jeden Fall gerade Auf jeden Fall zeichnen dass die Karte groß ist Ja da war natürlich klar dass das nicht funktioniert Out of Memory Geil Okay das funktioniert Das hier funktioniert anscheinend nicht Vielleicht kriegen wir es doch nochmal hin Ne die will er nicht Schade 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 Ich guck doch mal ganz kurz in den Flashpoint nochmal rein Ob wir da noch was haben Die will er jetzt gar nicht Jetzt will er gar nicht mehr laden Okay ich wusste das jetzt gerade abbrechen Hier hat nichts mehr funktioniert Wir müssen das ganze doch hier rüber versuchen Wohl oder übel So Bleiben wir mal hier oben Hier haben wir sowieso glaube ich das interessanteste Jede Menge Bereiche Ich könnte das auch nicht so lange machen Weil lange hält er das hier anscheinend nicht durch Da hat dann der Rechner irgendwann auch sein Problem mit Hier lande Plattformen noch Hier jede Menge Schiffe Irgendwie ist das alles genau gleich erscheinend kopiert zu sein Dann haben wir hier auch wieder ein riesen Schiff Das könnte auch nur zu Testzwecken sein Ich glaube das hatten wir das nicht auch schon gesehen gehabt Hier ist ein Fahrstudio nach so einem Bereich Da geht es nicht hin Da geht es auch nicht hin Da geht es lang Dann geht es da nochmal irgendwo hin Da auch Jetzt ist es mit diesen Röhren Da ist auch nochmal ein U-Boote Vielleicht benutzt man die ja auch noch wie damals auch bei War das Krotor 2 oder 1 Ich weiß auch nicht was jetzt Krotor 1 und 2 war Also welches davon welches ist Auf jeden Fall jede Menge abgetrennter Räume Also da wird schon ziemlich viel Notär teleportiert Was ich jetzt erkunden auch nicht unbedingt einfacher Gut ich werde jetzt noch nicht das ganze Ding jetzt spoilern Das ist ja nicht Sinn der Sache Wollen wir das ein bisschen anschauen hier Also wir wollen jetzt hier nicht jeden einzelnen Raum erkunden Das sieht wieder sehr aus wie vom Flashpoint kopiert Schild da Ne ist auch nur eine Tafel oder sowas Hier ist irgendwas mit Wasser verstreicht Hier ist so eine Art Kuppel da unten Ich glaube dass wir das hier unten schon gesehen haben Also das hier hatten wir Hier waren wir ja gerade eben Da hinten bei der Höhle waren wir ja Hier ist so eine Art Kuppel Könnte ein Boss-Bereich sein Oder wenn ich immer fragt Was genau gehört das überhaupt zu der Mission dazu Und was hier vorne ist einfach nur reinkopiert Auch das hier Könnte wie eine Halle sein oder sowas Aber die ist auch nur halb reinkopiert So wie das hatten wir ja gerade eben schon gehabt Hier ist ja das Aufgang Ein bisschen eine Unterwasserstadt könnte das vielleicht auch sein Würde mich zumindest stark daran erinnern Das Wasser sieht man hier natürlich nicht Deswegen nicht wundern warum ich jetzt hier Wasser sage Wenn hier gar kein Wasser zu sehen ist Das Wasser ist ja noch nicht sichtbar Ja Ich habe auch wieder so kleine Dinge Ich glaube das hatten wir vorher schon gesehen gehabt Das da hinten Ups nein nein bloß kein Rechtsblick Sonst hängt sich das nachher wieder auf Hier könnten die Spawnpunkte sein Ich glaube die hätten wir auch schon gesehen gehabt Hier hatten wir davon glaube ich gerade die Karte gehabt Genau hier sind die Hangars Hangare Hangars Hangars ne mit S Da ist ein Hangar Das scheint der Agent ein Hangar zu sein Wegen dem Schiff hier Da wurden noch irgendwelche random Hangare Hangars Sieht aber aus wie die von der Flotte Also es könnte auch nur eine Kopie sein für ein Video Wir haben aber auch wieder irgendwas mit so einer Art Terrarium da Gucken wir was da ist Können wir wohl hier bloß durchfliegen Hier durch die Dinge Bevor es übrigens wieder irgendjemand rummerkert Dass es leckt Ja ich weiß dass es leckt Da kann ich jetzt aber nichts für Das liegt daran dass das hier Eine relativ große Karte ist Und dass alles gerendert wird Und das rendert jede Menge Rechenleistung verbraucht Die ich nicht habe Oder die auch hier mein Browser nicht mehr hat Okay das sieht so ein bisschen wie Testbereiche aus So wie das hier alles angeordnet ist Oder wie Baubereich Okay das hatten wir gerade eben schon hier Glaube ich zumindest Ja hatten wir Genau Also hier scheint wahrscheinlich der größte Bereich zu sein Das erinnern wir auch schon Das war hier irgendeine Quest Das ist da hinten Da ist auch noch irgendwas Hier gibt es einfach so viel Da ist auch noch was Hier scheint irgendeine Plattform zu sein da unten Gehen wir da hin Das hatten wir glaube ich auch schon gehabt Hier genau da geht es da so runter und da Ich glaube das hatten wir vorhin auch schon gesehen Hier irgendwas mit Wasser Also das scheint auf jeden Fall Wasser zu sein da Diese Plattform war das da Glaube ich die Erde Das könnte der richtige Planet Bananen sein Das könnte der richtige Planet Bananen sein Vom Aufbau her Also das erinnert mich sehr an Das ist den richtigen Aufbau von Bananen Gucken wir mal kurz Wo das hier hinführt Na in wenigen Sekunden wissen wir es Ne warte mal das ist wieder der Flashpoint Also der Flashpoint ist auf jeden Fall noch drin Also das hier sieht man das ist Flashpoint Bereich hier Auch das da unten auch Auf jeden Fall ist schon mal deutlich mehr jetzt drin als vorher Und da würde ich sagen kommen wir jetzt auch zum letzten Teil des Videos Wo wir uns mal die neuen Kartellmarktbilder anschauen Das muss ich mal kurz nochmal neu öffnen Was ist das denn für eine Anpassung Hat wahrscheinlich zu viel rumgemalt Okay das sieht ja komisch aus Okay für den anderen Droiden auch Was ist das denn für eine gruselige Anpassung bitte Okay das sieht auch interessant aus mit diesen Metallteilen da Ah in die Rüstung erinnere ich mich noch Ich glaube so eine Doktorausrüstung würde ich es einfach mal nennen Okay nochmal eine Anpassung für den Droiden Die sieht mir so schicker aus Okay Pilotausrüstung würde ich jetzt einfach mal sagen Was ist das denn Okay Okay noch eine Anpassung Der andere Rübe ist auch noch kommen hier Das sieht ein bisschen aus wie der Helm von Obi-Wan aus Clone Wars Und das ist total komisch Okay irgendeine Rüstung auch wieder Das ist alles Rüstung natürlich Hier ist auch nochmal eine andere Anpassung Okay hier kommt nochmal der andere Schriftstuhl Der sei mal in weiß Einmal in dunkel Okay Dekoration Hier sind glaube ich auch diese Ich glaube auch hier sind diese Sprungtruppendinge mit drin Also auf jeden Fall ist das Kartellmarkt Die hatten wir ja gerade eben gesehen gehabt Hatten wir auch schon Ich glaube jetzt sind wir am Anfang Jetzt sind wir am Anfang Alles klar Also viel ist es nicht mehr Aber naja relativ interessant Besonders die Dekoration Auf jeden Fall Wissen wir jetzt schon mal die Dekoration Die wir vorhin gesehen haben Die Sprungtruppen Die gibt es auf jeden Fall in der Kiste Und dann war es glaube ich Das auch schon mit dem Video Weil viel mehr gibt es nicht zu zeigen Ich habe jetzt auch gerade Muss ich sagen Keine Zeit mehr Weil ja vorhin Ich den Rechner neu starten musste Weil meine Grafikkarte abgeschmiert ist Wegen dem Weltzeug hier Auch hier Ich glaube Sky Sky gibt es auch noch nicht Das Ding ist ja grau Aber ich würde sagen Machen wir jetzt hier einfach Schluss Falls ihr noch was vergessen haben sollte Mache ich nochmal ein extra Video Schreibt es mir einfach in die Kommentare Falls ich was wichtiges vergessen habe Was ich sonst auch immer zeige Oder falls ihr noch was wisst Was ich unbedingt noch zeigen muss Und auch wie hier immer gilt Wenn noch ein neuer PTS kommt Der was zu bieten hat Dann mache ich auch wieder ein neues Video Wenn es nur Wenn er nichts zu bieten hat Oder eben wenig zu bieten hat Dann mache ich kein neues Video Auf jeden Fall Die typischen Regeln wie immer Ich mache nur ein later meining Video Wenn sich das auch lohnt Also ich mache nicht von jedem Noch so kleinen PTS ein Video Das lohnt sich nicht Aber jetzt hier von dem Hat sich das schon wieder gelohnt Halt schon wegen diesem Bananen Zeug hier Und wegen dem ganz anderen Kram Wie die Operation und so weiter Auch wenn wir davon noch keine Karten haben Aber die kommen sicher auch bald Von daher Euch über Zeit und Möge die Macht Dass ich weiter mit euch sein Tschau